Ende 33, Beweise Dein Glauben, ok. Nun geht Drachenflammen, da habe ich schon eine Idee, wie wir das machen. Mit dem Kristall, wie wir ihn finden. Kann schwierig werden. Ah ja, das wollten wir noch machen, die Hebel drücken dort. Die große auf eine Truhe springen. Jetzt beständig der Schilz, dann müssen wir den Schilz kombinieren. Und wie auch immer das klappen soll. Ok. Die E-Kräftigkeit am Anfang, wir spielen Hugo. 4 Monate später. E-Kräfte Kreatur. Hugo ist doch nicht E-Kräft. Komm, sei doch mal nicht so. Der lieben Hunkel. Spielen wir jetzt mal. Und der Stein können wir irgendwie nicht mehr fallen, oder? Ne. Okay. Das, was mich die ganze Zeit juckt, ist, ich weiß, dass es hier im Spiel irgendwo, entweder ganz links oder ganz rechts, da gibt es auch noch Endings für. Es gibt hier irgendwo eine Wüste, wo man lang klatschen kann. Wo man durchklatschen kann. Aber auch noch irgendwie. Hier. 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 Das ist vielleicht auch noch nicht weiter. Und wie kommen wir hier auf die... Mit dem Huhn haben wir schon probiert, da kommen wir nicht so hoch. Aber wie... Gibt es irgendwie ein Item, das uns nur springen lassen kann? Irgendwie ein Sprung-Item? Und die Kanone andersherum ausrichten? Tja... Ich nehme, glaube ich, mal die Kanone. Vielleicht bringt es uns irgendetwas. Da gibt es auch noch eine Sache zu sehen, dort hinten. Ich habe auch gerade etwas gemacht gesehen. Du kannst auch etwas machen. Hier können wir eventuell... Die Knopf da drüben betätigen. Dann passierte das hier. Dann können wir hier hoch. Das passiert, wenn wir flöten. Wenn wir flöten, was flöten. Oh nein. Oh, okay. Ich brauche die Kantenzimmer. Sieht aber was das aus, der Typ, der da drin ist. Wie ist da irgendwie ein Weg rein? Von der anderen Seite, wie es ausschaut. Ja, wie kommen wir da hoch? Tja... Vielleicht können wir das hinkriegen, wenn wir die Brücke nicht hoch machen. Dann kommen wir hier irgendwie durch. Also jetzt springen kann ich ja nicht. Kann man sich hier irgendwo runtergraben oder... Jetzt willst du die Flöte. Ich glaube den Glauben beweisen können wir, indem wir sechs... Nicht sechs, sondern... Au! Ja Mist. Wir werden da oben rein. Wenn wir die Items abgeben. Wenn wir jetzt diesen einen schreien. Verdammt! Wo wir Items hinterlassen können. Verdammt! Nicht sterben, Junge. Junger Herr. Das ist auch eine Sache, wo ich mich halt immer schon gewundert habe. Dieses junger Herr, was halt irgendwie immer... Ich meine, der Gugu zum Beispiel, der Spielkraft, den wir gerade spielen. Mit offensichtlichem Glatze, eine Vollglatze und einen grauen Barz. Das ist... Und dann gibt es einige Leute, die den... den Hugo, die wirklich ein paar... die wirklich so ältere Leute mit... mit... Junger Herr ansprechen. Ich weiß auch nicht. Ähm... Bestimmt das hat das irgendwas mit Höflichkeit zu tun und so weiter. dass man da irgendwie... zeigen will, dass er alt ist. Aber... Es ist... Ich meine... Der... Der... Die Leute sind doch nicht blöd. Das ist meine... Ich... Ich meine... Ending... Er ist an diese große Truhe, schaute, stolpert zu Hugo. Und landet sie im Inneren. Er erstickte schließlich... Oh, die Truhe war leer. Nun... Jetzt nicht mehr. Alles ist schrecklich. Oh, Ende 39. In der Truhe. Versuchen wir mal dort unseren Glauben zu beweisen. Oder in die Kammer zu kommen dort. Ist Hugo erstickt? Ja, war das genug, um ihn davon abzuhalten, ihm erst wieder Armthör zu bestreiten? Wahrscheinlich. Könnten wir dieses Handlungsloch ignorieren und einfach wieder Armthör lustig sein? Natürlich können wir. Oh, da steckt der Hugo. Zombie-Hugo, sozusagen. Also hier kommen wir nicht durch. Ich versuche es immer ohne Haltungs. Das haben wir auch schon geschafft. Durchaus möglich. Ich frage mich, was wir hier machen können. Oh, können wir hoch. Jetzt eine Kanone. Und flicken die hin. Raskante Klippe. Und jetzt einen Hinweis. Das ist hier sehr toll. Hier waren wir noch gar nichts. Wir waren zu riskant bis jetzt. Dann mal hoch hier. Ich erkläre mir die riskante Klippe. Hey, ich bin Mikul. Einer der Schöpfer dieser Welt. Ich sammle hier nur ein paar Erdbeeren. Verdammt. Wir können ihm ja eine Erdbeere geben oder ihm... Ich glaube wir haben eine Erdbeere eingesammelt. Die könnten wir... Aber die finden uns hier herbeinen. Erstechen könnten wir ihn auch noch. Wir haben ja ein Bein gebrochen. Aber ich habe meinen Traum verwirklicht. Ich lasse mich hier mit meinen Erdbeeren ruhen. Mein Poisson. Können wir die Erdbeere rausgraben. Können wir die Gipfel besteigen. Das ist auch mal so eine Sache. Ich weiß nicht, ob es dafür ein Ending gibt. Aber... Schön wäre es bestimmt. Mhm. Makro Werk. Es gibt wohl kein Ending dafür. Schade. Es gibt wohl kein Ending dafür. Schade. Es gibt wohl kein Ending dafür. Schade. Dann müssen wir mit einem Schwert und einer Schaufel hierher kommen. Ich glaube keine Flügel verleihen. Aha. Unnützig zögern sprang Hugo von der Klippe. Er wusste, dass er es schaffen könnte. Wenn er genug Vertrauen hätte. Aber nein. Er hatte nicht genug Glaubenssprung. Ach das war das mit dem Beweis deinem Glauben. Ende 33. 2 Monate später. 2 Monate später. Nur 22,7% an der Hände sind soweit gekommen. Yay. Nachdem das Video von seinem Sprung viral wurde, musste Hugo einige Zeit zu Hause bleiben. Mal dem Trolling durch die jungen Generation Y zu entgehen. Hugo wird älter und älter. Ok ich nehme Schwert hoch. Auf den Makro Berg. Töte mal den Entwickler. Dann wird es wahrscheinlich kein... Denke ich nicht, dass dafür ein... Ah da kommen wir jetzt nicht mehr hoch oder... Wie kommen wir da jetzt hoch? Ok können wir weiter. Nur auf der Wolke landen. Ne kann man nicht. Nach hinten aufreißen. Wir zielen mit dieser Kanone nach Westen, falls der Drache erneut zuschlagen will. Und wir haben keine Munition mehr. Ah ja. Oh hier können wir noch rein. Ich habe einen Hinweis gefunden. Geh über den Alter um deinen Gegenstand zu opfern. Aha. Hier kommen wir jetzt zum Gegenstand. Im Gegenstand Alter. Es gibt doch bestimmt auch noch irgendwas. Aha. Du legst zweimal bevor du auf diese Plattform springst. Hm. Wenn ich auf die einen, dann kann ich auf die andere da rüber. Dann schaffe ich es nicht zurück. Und... Verdammt. Also ohne Items können wir da sehr gut durch. Ach komm, mit dem Schwertgehender spiele ich doch nur Toch. Nein, das wollen wir nicht. Da ist glaube ich der Kompass dran. Dann brauchen wir nicht. Katzen. Ohne Zeug sind wir schwerer und leicht genug um hier hoch zu kommen. Warum ich hier vorher noch nicht lang gegangen bin, ist mir ein Rätsel. Wie wenn die Wüste kommen, weiß ich aber noch nicht. Okay. Jetzt ein Hinweis. Ich mache natürlich mit. Nein, verdammt. Zu blöd gesprungen. Ach Mensch. Ist doch bestimmt auch ein Ending für. Gucken wir doch auch irgendwo hin. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir spielen eigentlich gar nicht mehr als Hugo. Aber gut. Hugo ist ja nur der eine. Der Panda mit Spars. Das ist ja schon. Das ist eigentlich Senior Zweig. Zweig Senior. Ach komm. Ohne Hinweis. Ohne Hinweis. Okay. Viele Hinweise. Daran können wir noch mindestens auf zwei Arten besiegen. Oder nicht besiegen. Jetzt sind noch zwei Endings. Hops. Verdammt. Ich habe es verkackt. Ich komme hier nicht mehr rüber. Hätte ich vielleicht mit einem gut berichteten Sprung geschafft. Das ist das beim. Ach komm. Ja. Ich versuch's nochmal. Ich bin jetzt neugierig, was dahinter gibt's. Manchmal ist das Springen. Springen will natürlich sein. So. Hier kriegt man auch keinen Schaden. So. Hier kriegt man auch keinen Schaden. Ein paar Springenübungen. Die sind gleich wieder da. Das war noch hier oder? Ja. Welcome back. So. Auf die Mitte. Und. Hier lang. Und jetzt vorsichtig. Hier drauf. Und. Verdammt. Ah. Verstehe. 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 Jetzt habe ich es verstanden. Nach dem hundertsten Mal. Ich muss von der. So weit kann ich nicht springen. Ich muss. Auf den Hinweg. die beim. Pentad von mir mit dem Rückweg. Kann ich das bitte nehmen? Ah ja.